Umgang mit Überanstrengung anderer Vielleicht bist du mit einem Menschen zusammen, wo du das Gefühl hast, der überanstrengt sich. Aber überlege, nicht jeder, der mehr tut als du, überanstrengt sich gleich. Manchmal gibt es Menschen, die sind einfach engagiert. Wenn ihnen zu viele Menschen warnen und sagen, du kommst gleich in die Überanstrengung, dann kommen sie nicht wegen dem, was sie tun in die Überanstrengung, sondern weil sie ständig gewarnt werden. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die tun sehr viel. Dann kannst du überlegen, wie kannst du ihm oder ihr helfen. Wie kannst du ihm oder ihr vielleicht raten, etwas Zeit für sich zu nehmen. Vielleicht kannst du dir eine oder andere Yoga-Übungen empfehlen oder dem anderen sagen, er möge jetzt mal Feierabend machen. Und manchmal kannst du aber auch Menschen, die in der Überanstrengung sind, durch Wertschätzung helfen. Denn es ist nicht objektiv vorgegeben, wie viel oder wenig ein Mensch machen kann. Wenn ein Mensch Wertschätzung empfährt für das, was er tut, kann er auch mehr machen. Wenn ein Mensch, der sich anstrengt, keine Wertschätzung erfährt und vielleicht sogar eine große Enttäuschung erlebt, dann rutscht er schnell ins Burnout. Daher, wenn du jemanden siehst, der sich stark anstrengt und du weißt nicht, was du ändern kannst, zeige ihm oder ihr die Wertschätzung. Dann wird er sich anstrengen und Kraft bekommen, vielleicht sogar über seine bisherigen Grenzen hinauswachsen. Und danach schaue, wann du ihm oder ihr helfen kannst, wieder etwas zu entspannen. Amen.